Na? 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 Das sieht jetzt auch nicht richtig aus. Was ist das, ein Auto? Nee. Ich werde das wahrscheinlich nie finden, das ist ja hoffentlich klar. Alter, wo bin ich hier? Ach, so ist das. Verstehe, aha. Ähm. Ja, super. Oh je, oh je. Kann man da eine größere Karte auch auf... Ah, hier wird es interessant. Könnte das stimmen, hier? Es wird vermutet, dass es hier vorbeikommt. Ob wir dagegen etwas unternehmen können? Angebe, es sollte ein Bad hier einsteuern. Könnte das hier richtig sein? Ja, doch, genau hier sind wir richtig. Perfekt. Ja, jetzt müssen wir nur wieder ab... Oh. Ja, müssen wir nur wieder abwarten und Tee trinken. Vielleicht ein kleines Kämpfchen riskieren. Laufen ein bisschen herum, weil... Wir haben jetzt genügend Zeit, um einmal kurz kämpfen zu können. Ja, es sollte wirklich hier sein. Ja, das stimmt schon hier, das passt schon. Genau hier ist es. Juhu. Kein Kampf? Naja. Laufen wir eben nur so herum. Warum denn auch nicht, ne? Lalalalalala. Das dauert jetzt eh echt nur 20 Minuten. Wahnsinn. Merkwürdig. Oh. Sollen wir hier drauen? Voll egal. Ah, wie klar, komm. Das ist kein Platz. Ne, ich will ja eigentlich nicht drauen. Ach, hau mal hier Jeffs aus. Komm, weiß egal. לחchisch. Ach, mach を. Ja. Okay. Ok. Wir haben hier. ERIKA ồng Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist doch hier irgendwo ein Stück was? Das letzte habe ich nicht gelesen. Irwin hat irgendwas dahin gemurmelt. Das haben wirklich die Galbadianer geklaut, das Ding. Ja komm, mach mal Angriff. Angriff! Angriff! Angriff und Angriff. Die halten nicht viel aus. Zwei Angriffe und Brot. Die halten echt sowas von überhaupt nix aus. Das ist eigentlich schon eine Schande für Galbadia. Aber sie machen zumindest ein bisschen Schaden jetzt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Super! Jey! Ich hab's gemacht. Gut. Okay, auf geht's. Und rein da. Okay. Merkwürdig. Mit Meteor! Das hat sich natürlich gesellt. Wow! Wie jetzt sind wir in der Lunatic Pandora. Wow! 10 Milliarden Die Grau Ja gut Das haben wir alle vollzieht Was hier sind drei Türen Ja wir beginnen natürlich bei 0,1 Interessant Interessant Achja Alter soviel Draw-Punkte Ja komm Holizid auch gesehen Wir sollten hier irgendwo auch speichern Falls wir da mal was finden zum speichern Wir haben nämlich schon lange nicht mehr gespeichert Muss man sagen Ja doch Wenn man von Teufel spricht Na Gott sei Dank So speichern aber schnell Nicht dass hier ein Unheil passiert Hey Gut wunderbar Weiter geht's Achja hier sind wir Okay Also hier sind wir nicht Sondern Hier sind wir schon Aber ja Was Was Alter wird ganz schlecht Ja gut Gut okay Ja was wirst du mir jetzt damit sagen dass da nicht reinkommen oder was Ah doch Runter 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 Einfach ganz lange runter drücken Und passiert was Passiert was Passiert was Passiert was Ne Ja solche Stellen finde ich ja richtig scheiße Sorry Leute Aber ich brauch doch hier Feedback Ob ich hier jetzt runter kann oder nicht Ich mein Hallo Das kann's ja wohl nicht sein oder Das ist ja wirklich mal Ne das geht nicht Ach süß Ein galbadialischer Soldat Hm Was kann man denn bauen von dir Hm Feurer Ja komm Da brauchen wir jetzt mal ein bisschen was Ja gut Xel kann nichts bauen Okay Höhen wahrscheinlich nach drei Alter Die halten überhaupt nichts aus Diese Gegner Ich versteh das nicht Ich versteh das echt nicht Gut Ach ja Wow Okay Was zum Henker ist das Keine Zeit zum Grübeln Ab geht's Wow Wow Kann ich mehr Ähm Ja also Das ist so viel zum Thema Wow Alter Ah das ist alles merkwähig hier Äh verdammte Scheiße Es ist durch die Lappen gegangen Was Als sind wir bei Tears Point oder Ach ja Ach ja Wir müssen wohl einen Rückzieher machen Ähm Die Träne des Mordes Äh gehen wir zurück Komm Versteh ich jetzt nicht Was hab ich falsch gemacht Weiß man das Hm Ach ja Ach ja Dunkelheit Eine Kapsel nähert sich Sollen wir sie einfangen Was ist sonst Sollen wir sie einfach so treiben lassen Sie haben recht Äh hoffentlich kriegen wir nicht so ärger Äh ärger oder sowas Sollen wir die Wachen postieren Mein Instinkt sagt mir Dass es nicht nötig ist Gut Dann sollen wir sie postieren Kapsel Einzugsdienst Kapsel Einfangen Wachdienst In Bereitschaft Hey Was soll das Was glaubt ihr wer ich bin Ich seh mal nach der Nach Adele Macht keinen Unfug Verstanden Aye sir Your sir Aye ja Also wie es aussieht Werden hier die Kapseln Eingefangen und irgendwo Angedockt An eine Weltraumstation Ach ist schön Ja süß Esther hat wirklich sehr viel Technologie Muss man schon sagen Ja und hier mit der schönen Klassische Musik Okay Entfrostung Starten Aufgepasst Es wird ein wenig Kürzerisch So das war's Ach ja Wow ich kann mich hier bewegen An den Gravitationsring Anklinken Angeklinkt Gravitations setzt ein Ja schön Wo sind wir hier Hier Ein Brief von Esther Botschafter Wow Ein junges Mädchen Von 17 oder 18 Ist sie tot Finger weg von Renoir Okay Ist meine Renoir Nicht deine Hm Verstehe Bringen Sie erst einmal Auf die Krankenstation Erzähl mir dort alles Ja Und Squall Hat Renoir mit Komm mit Achso Ich sollte Ihnen folgen Okay Ja mit Renoir Am Rücken Mach ich natürlich sonst nichts Und ein Speichelpunkt Und Wir werden jetzt Eine kurze Oder vielleicht längere Aufnahmepause einlegen Ja Speichern Also Leute Ich hoffe Wir sehen uns dann Bei der nächsten Aufnahme Wieder Wenn es wieder heißt Let's play Final Fantasy 8 Also Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss Herzlich Willkommen zurück Bei 2001 Odyssee im Weltraum Oder Auch Final Fantasy 8 Die Tanzparade Ja Wir befinden uns hier Im Weltall Auf einer Weltallstation Man sieht es vielleicht nicht Aber Ja Ich rede mal mit dem Huch Vielleicht trägt Er Redet Wir tragen sie hier Drinnen aufs Bett Woher Hier Ne Heute Gehen wir da raus Hopp In den Hauptrollen Squall Leonhard Der Renoir Härteli Am Rücken trägt Aber die liegt jetzt im Bett Na schön Ich habe alles Eingeleitet Gehen wir in den Kontrollraum Blüb Blüb Okay Ja Gehen wir mit dem in den Kontrollraum Natürlich in den Kontrollraum Wollte ich sagen Äh Hu Hier Ne Raus Ja Schauen wir mal wo der Kontrollraum ist Ah da Er läuft dort Na Wir holen ihn ein Ha Knapp gefasst Ähm Okay Ach Steht mir nicht im Weg Ihr unnützes Pack Ihr auch nicht Wir wechseln uns Alle sechs Monate hier Auf der Luna Seit Basis ab Wir dürfen den Adelsa Keine Sekunde Das genau verlieren Wenn Adel freikommt Wird Esther wieder Zum Schreckenskontinent Okay Also die Alte Geh aus dem Weg Die bewahren hier Adel Auf Oh ist das merkwürdig Huch Nicht auszumalen Was passiert Was das Siegel gebrochen wird Der Präsident macht sich immer Sorgen Bis vor 17 Jahren wurde Esther Von der teuflischen Hexe Adel beherrscht Danach wurde Adel Versiegel und hierher gebracht Ein optimaler Ort Ah ja Wo die Schwerkraft ausbauen Sie sich geht er fast Huch was passiert jetzt Es besteht aus einem speziellen Material Es hält Adel fest Und schirmt zugleich jegliche äußerliche Einflüsse ab Funkschall und Gedankenwelt Und sogar Kopplungen Die Störwellen sind so stark Was sie sogar Auswirkungen auf den Planeten hat Wenn der Siegel versagt Wiederholt ich Wiederholt ich Der Albtraum vor 17 Jahren Holt sich natürlich Er wird das nicht passiert Überwachen wir es hier Schauen Sie Herr Wessel Denk kontrolliert es persönlich Es war der Präsident Der Adel versiegelt hat Seit der Zeit Macht er seine Inspektionen Regelmäßig Ja ist auch gut 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 Hätten wir das auch gesehen Schön Jetzt wissen wir wo wir hier sind Lass mich rein da Ach Wahnsinn Huch Es ist Es ist Elyon 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 Hallo Lange nicht gesehen Squall Stimmt Elyon Es tut mir echt leid Dass ich euch hier Mit hineingezogen habe Ähm Macht mir nichts aus Ich weiß jetzt warum du es getan hast Und Waren wir davon Nutzen Ha Natürlich Durch euch konnte ich alles sehen Durch euch weiß ich jetzt mit wie viel Liebe ich aufgewachsen bin Ich konnte die Vergangenheit nicht verändern Aber ich habe sie Mit meinen eigenen Augen betrachten können Vielen Vielen Dank für alles Äh Schon okay Ich habe aber eine Bitte Du sagtest Dass man die Vergangenheit nicht verändern kann Stimmt's Ja Äh Man kann aber die Vergangenheit erleben Ich sehe die Gegenwart mit anderen Augen Da ich jetzt weiß Was damals passiert ist Man muss sich selbst verändern Nicht die Vergangenheit Ähm Wirklich Kann man die Vergangenheit nicht verändern Ich muss es wissen Bring mich zu Renoir Zu Renoir In die Vergangenheit Bitte Ich muss wissen Was mit Renoir passiert ist Ich muss sie warnen Du willst sie retten Du willst Renoir nicht verlieren Stimmt's Ich kann es leider nicht Ich kenne Renoir nicht Ich sagte doch Dass ich nur Menschen verbinden kann Die ich persönlich kenne Ähm Ich habe Renoir mitgebracht Ich bin nur Irretwegen hier Komm Bitte Auf die Krankenstation Ja Geht das Kommst du mit Es tut mir echt leid Dass ich euch hier hineingezogen habe Ja das hast du schon mal gesagt Ähm Kommst du Ja wir gehen diesmal Oh Achso die läuft jetzt eh mit mir Ach wie süß Hi Süß Komm Wieso läuft die jetzt mit mir Wo Aber sie läuft nicht so coole Kringel mit mir Wie Selfie Hm Die ist nicht so treu wie Selfie Wo geht's hier hin Einfach nur mal umgeguckt zu haben Hm Wow Der Mond ist so groß Äh So umwerfen finde ich das nicht Schau mal auf den Monitor Hm Sehen will Ähm Selfie Komm Gehen wir bitte wieder Na toll Jetzt stecken wir hier fest Der Mond Der Mond sieht von unten so klein aus Ich wusste nicht dass er so riesig ist Selfie Selfie Achso Was zum Teufel ist das Wow Sind das alles Monster Das der Mond vom Monster bewohnt wird Habt ihr doch in der Schule gelernt Diese Monster sammeln sich gerade an einem Punkt auf dem Mond Das nennt man Träne des Mondes Die Geschichte wiederholt sich Ja wie jetzt Wie darf ich das jetzt verstehen Darf ich das jetzt wieder raus Elion kommst du bitte Das auch